Hi Leute, ich bin's wieder, BadEngine Nummer 15, ich habe ein Paket bekommen und zwar von dem Retroflo, vielen, vielen Dank Retroflo, weil ich habe bei ihm ja wirklich ein Gewinnspiel mitgebracht, habe mir dabei gar nichts gedacht, dass ich irgendwie gewinnen könnte oder so, auf jeden Fall top, ich habe echt gewonnen, schaut bei ihm unbedingt mal vorbei, ein super Kerl, super Video, super Sachen, auch mittlerweile richtig alte Sachen von Retro und so, schaut auf jeden Fall mal vorbei, so, schauen, ich mache es jetzt extra mal andersrum auf, wegen der Adresse und so weiter, so, dann haben wir einmal den Playstation Portable Spieleberater, auf jeden Fall ein top Teil, hammergeil, dann haben wir einmal SimCity für den Super Nintendo, den ich finde guten Zustand, gut Inlayfield und Bedienungsanleitung, Beziehungsweise Spielanleitung, aber ist ja scheißegal, ganz ehrlich, für nichts, also für umsonst, top und ich finde der Zustand ist auch eigentlich sehr, sehr gut, da kann man nichts sagen, Dann einmal ein Gameboy Advance Spiel, und zwar Tomb Raider, The Record of Tomb Raider Legend, ich habe noch gar keine original verpackten Advance Spiele, beziehungsweise, ähm, oder Advance Spiele, sagt man ja, und jetzt habe ich das erste, auf jeden Fall schon mal, was auch 100% komplett ist, hammergeil, vielen Dank Flo, Dann einmal Mr. Nuts, auf jeden Fall sehr, sehr toll, gefällt mir auf jeden Fall, cooles Spiel, echt Hammer, vielen Dank dafür, mein erstes eingepacktes Gameboy Color Spiel, Dann einmal FIFA 2000 für den Gameboy Color, ich habe auf dem Gameboy Color noch nie irgendwelche Fußballspiele gespielt, werde ich auf jeden Fall mal reintun, ihr seht alles komplett, alles perfekt, Hammer, Und cool, dann habe ich einmal den Nintendo 64, das Rumble Pack, mit OVP, hat mir noch gefehlt Flo, ich danke dir, perfekt, Rumble Pack, sogar noch mit Batterien drin, so schwer wie das Ding ist, ja, auf jeden Fall, hammergeil, jetzt habe ich eins auch mal zum benutzen, Ich habe ja nur eins bei dem Donkey Kong 64, und bei dem, ähm, wie heißt das, Star Fox, Und jetzt habe ich extra eins mal zum zocken, vielen, vielen Dank, ja, auch geil, für die PSP, kann ich gut gebrauchen, besonders hätte ich mal richtig Bock, ab zu zocken, auf jeden Fall top, danke dir, Oh, und ein Brief, wahrscheinlich sollte ich den zuerst vorlesen, aber egal, Herzlichen Glückwunsch zum hunderten Abo Gewinnspiel von RetroFlo, vielleicht kannst du was mit den Sachen anfangen, Klar, ich danke dir, Flo, schaut bei ihm mal vorbei, ich werde ihn auf jeden Fall verlinken, ein top Kerl, echt, ähm, Echt krass, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich habe noch nie was gewonnen in der Hinsicht, und, äh, vielen, vielen Dank, in nächster Zeit wird auch von mir mal ein, ähm, Gewinnspiel kommen, habe ich mir echt mal auch mal was überlegt, und, jo Leute, bis zum nächsten Mal, euer Kevin. bis zum nächsten Mal, euer Kevin. So, wie geht es um, äh, vielen Dank.